Mein Name ist Daniel Tottenweg, ich kandidiere Petling-Körner für die Bonalbahn am 13.09.2020. Ich heiße Heinz Röckerbeck, ich kandidiere von Röckerbeck. Ich habe mich in den letzten Monaten für das OMZ, das besetzte Haus, im Großmarkt Obdachlose mit Zukunft engagiert. Deshalb interessiert mich das Thema und da komme ich heute Abend gerne mal mit. Mein Name ist Nicole Frey-Aldenhofen, ich bin unter anderem Gründungsmitglied von den Helping Hands Cologne und freue mich, dass ihr heute dabei seid, mit uns heute in Köln Obdachlose zu versorgen, auf der Straße, so ganz mobil, direkt am Mensch selber. Das heißt, am Bahnhof warten jetzt erstmal Leute auf uns, die wir versorgen werden und dann gehen wir zu Fuß weiter und gehen wirklich zu den Leuten praktisch in ihr Wohnzimmer rein und gucken, was wir da so an den Hilfsgütern noch anbieten können. Und ja, das ist hier eine leckere Mahlzeit und einen Kaffee kriegen. Dann dürft ihr heute alle mit Amt backen. Wir haben heute dabei Kaffee und Tee, das gibt es eigentlich immer. Dann haben wir Wasser, was uns mal der Landschaftsverband gespendet hat. Kakao, Milch, natürlich frisches Obst, ganz wichtig, die Vitaminbombe. Und dann bekommen wir auch von der Metzgerei Müller immer sehr leckeren Eintopf gekocht. Und zusätzlich noch Frikadellen und für die muslimischen Freunde haben wir auch alternativ Puttenschnitzel dabei. Das kann man immer ganz gut noch mal so abends so ein kleines Fingerchen nehmen. Vielleicht machen wir mal gerade den Suppenpott auf, dann kann er auch mal sehen. Dann machen wir eine gleiche Show. Dann machen wir jetzt auch mal auf. Also, habt ihr Duft-TV? Das ist so zu frisch, dass die sie jetzt telefonieren lassen vom Diensttelefon. Man macht einen Kaffee und die sind gerade auf 1.11 Uhr. Und dann? 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 Für den Raten, für den Raten. Urgermeisterin wollte ich noch nicht werden. Ach so, weißt du noch heute. Jetzt mach schon mehr draus als es ist. Na ja, da hat es ja noch auch schon mal. Fährst du erst mal ein Stückchen weiter? Ja, wir waren doch noch im Gespräch, Mensch. Ja, aber die Suppe wird kalt. Du musst warm sein. Das reicht. Wir haben zu voll. Ein Brötchen und das. Bitte. Hallo. Oder was Süßes. Ein Hahnchen. Ist okay? Ja. Hallo. Nicole. Hallo. Nicole. Nicole. Er hat das letzte Mal benommen. Ich habe ihm das letzte Mal gesagt, er kann sich wieder anstellen. Er benimmt sich wieder. Was hat er gemacht? Und er ist ihn durch die Gegend geschmissen. Und dann gibt es erstmal nichts. Dann gibt es noch tierische Maßnahmen, indem er sich zwei, dreimal nicht anschneiden braucht. Und dann versuchen wir es nochmal. Ein bisschen Respekt und so muss schon sein. Hey. Hallo. Kommt ihr? Jetzt packen wir nämlich ein. Hey. Das sieht auch sehr reichhaltig. Boah. Da haben wir aber wieder unsere Meisterküche was Gutes geleistet. Lecker. Freue mich schon. Jawohl. Du nehmst es mal raus. Ich mach mit den anderen auf. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ja, ist gut. Ist Kamera okay? Ja, klar. Warum kommt das Obst jetzt nicht sofort? Weil die erstmal essen sollen, ihre Suppe in Ruhe. Also Nachspeise? Genau. Zweiter Gang. Ich hab jetzt vergessen zu fangen, dass wir die Frikadellen im Frühstück ausgeben. Das ist egal, die werden wir auch schon. Einmal Obst? Einmal Obst. Traum oder eine Karin? Beides Karin. Nein, ich soll doch nicht. Beide. Was war da? Milch und Zucker? Ja, wir sind zu krachten. Nein, kein Problem. Wer steht da? Bitte? Ja, ich bin zu dick. Die Riegelnummer hatten wir schon, ne? Hallo. Hier haben wir die Schäu-Rassla-Presente. Alle sind zu oben. Alle sind zu oben. Alle sind zu oben. Vielen Dank.